Leute, wer die Global Series regelmäßig seit Jahren verfolgt oder seit neuestem dabei ist und Fan von TSM und Imperial Hall ist, wird es wahrscheinlich gestern schon mitbekommen haben. Imperial Hall verlässt tatsächlich TSM. Gestern hat er auf X ein über 9-minütiges Video rausgeballert mit verschiedenen Statements und erklärt sich da so ein bisschen. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass es einfach das Endergebnis der Global Series 2024 erster Split war mit Platz 17 gerade mal abgeschlossen. Ich zeige euch einfach mal einen Screenshot. Ähm, das komplette Video zeige ich euch jetzt hier nicht. Wer das unbedingt sehen will, auf X einfach Imperial Hall eingeben. Ihr werdet es finden. Ist relativ easy zu finden. Ich werde von nun an mit Zero und Gen Burton zusammenarbeiten. Denn er verlässt quasi TSM und wechselt rüber zu Dark Zero. Dark Zero war das Team, was ich quasi auch so ein bisschen mental unterstützt habe. Ich war bei den Global Series ja nun live dabei und dachte mir, Dark Zero wird bestimmt ganz gut abschneiden. Im Endeffekt sind sie Zweiter geworden. Ist auch ganz gut gelaufen und TSM war wirklich nicht gut. Gut, die Frage ist, hätte Imperial Hall TSM verlassen, wenn die Platzierung nicht so schlecht gewesen wäre oder er hätte sich genauso trotzdem schon mental innerlich verabschiedet mit dem Weltmeistertitel, hätte dann abgedankt und wäre zu Dark Zero gegangen. Er sagt auch selber, dass es eine Entscheidung ist, die nichts mit Geldverträgen oder dem Management zu tun hat. Er fühlt einfach, dass eine Veränderung nötig sei. Und damit verbinde ich, weil er sagt auch in diesem neunminütigen Video, er möchte einfach gewinnen. Er hat immer Bock, ganz oben zu stehen und so weiter und so fort. Und deswegen ist Dark Zero meiner Meinung nach die richtige Entscheidung, auch wenn viele wahrscheinlich nicht feiern werden, dass er TSM verkauft. Er sagt auch in dem Video, es tut ihm eigentlich auch leid für seine Fans, die sich jetzt vielleicht für verdammt viel Geld so ein Imperial Hall Jersey von TSM gekauft haben. Und dann verlässt er jetzt auf einmal TSM, wechselt zu Dark Zero. Und auch Gen Börden meldet sich noch zu Wort. Finde ich auch ganz cool. Vor drei Jahren bot mir Imperial Hall an TSM beizutreten. Jetzt ist er in meinem Team, wie sich die Zeiten geändert haben. Bin total scharf drauf, vorwärts zu kommen. Und ich glaube, Zero, Gen Börden, Imperial Hall, das ist wirklich eine unschlagbar krasse Nummer. Und ich bin jetzt schon auf den zweiten Split der Global Series gespannt, wie Dark Zero abschneiden wird. Viele von euch wissen, dass ich in dieser ganzen Materie nicht so drinne war. Und ich habe in L.A. aber tatsächlich Blut geleckt. Wenn man live bei den Global Series dabei ist, ist das einfach nochmal eine ganz andere Nummer. Und ich glaube, Imperial Hall kennt man auch, wenn man die Global Series nicht verfolgt. So wie ich das die ganze Zeit gemacht habe. Aber Gen Börden war mir ein Begriff, Imperial Hall war mir ein Begriff. Die Gameplays und so weiter, ihre Settings, habe ich alles schon ausgiebig studiert. Von daher ist das für mich auch eine große Information, dass Imperial Hall jetzt TSM verlässt. Aber wie gesagt, Platz 17 jetzt bei den Global Series, Dark Zero war Zweiter. Die haben richtig, richtig geil gespielt und es hat extrem Bock gemacht, diesen Leuten zuzuschauen. Leute, für alle, die die Global Series verfolgen und da richtig scharf drauf sind, schreibt mir in die Kommentare. Was sagt ihr? Gute Entscheidung, schlechte Entscheidung. Ich bin auf eure Meinung gespannt. Verbleibe wie immer mit freundlichen Grüßen. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Video. Haut rein. Ciao.